Hey ho liebe Leute und willkommen zu Minecraft. Ich habe es lange nicht mehr gespielt, aber ich habe so viel im Voraus aufgenommen, dass ich jetzt einfach weiterspielen kann, ohne dass es Pause war. Und ich hatte ein paar, ein paar hört sich gut an, viele Komplikationen mit Minecraft, denn es war bei mir irgendwie gelöscht, also es konnte nicht richtig starten. Oh shit, warte mal, ich mache jetzt mein Internet aus, weil Google Chrome frisst mein RAM wie nichts. Okay, ne ich hatte ja ein Texture Pack drin, sonst hat sich hier alles geändert alter, Chromahills, hatte ich Chromahills oder Chroteri? Selected, dann, auf jeden Fall, es hat sich bei mir gelöscht, dachte ich mir, ja okay, lade ich mir neu runter, habe ich mir runtergeladen. Dann stand da, ähm, was stand da, bei Google Chrome, oh jetzt ist Minecraft abgestürzt oder was? Nein, auf jeden Fall stand da dann, äh, ja sorry, irgendwie keine Rechte besitze ich irgendwie, habe ich auch nicht verstanden. Okay, habe ich nochmal runtergeladen, das war immer noch, ich habe es knapp 10, ey, was willst du hier aber, ich habe es knapp 10 mal runtergeladen, ging nicht. Habe ich mir die andere Version runtergeladen, dann bin ich auf Installieren gegangen, Minecraft installiert so, bis 100% danach, denn kam dieser, oh, dieser, ups, geht immer noch nicht, was soll denn der Scheiß? Dann kam der Windows Sound, wenn ein Fehler passiert ist, das heißt irgendwie, File Corrupted, äh, CanCopyFile, Error, Line5 oder irgendwie sowas stand da. Hm, toll. Dann habe ich noch eine dritte Variante gefunden, irgendwie so einen alten Launcher von Minecraft, habe ich dann den runtergeladen, hat auch nicht funktioniert. Dann muss ich es nochmal alles deinstallieren, oh, das hat aber nicht klappen wollen rein, gar nicht. Irgendwann ging auch mein Account, ne, dachte ich mir, ja, toll, was geht denn jetzt ab? So. Ich hoffe, das ist das jetzt, ah, warte mal. Äh, das müsste das Tech-Tropik sein. Gut, in meinem Leben hat sich seit den letzten Parten Minecraft, was ist das? Egal, verwende ich jetzt einfach. Äh, wow, Select Arc, ähm, easy, ne, Video Settings, Fancy, Lightning. Ähm, ich mache es mal weniger. Max Frames, äh, kaum 70 Frames passt hier. Large, fancy, auf, ich mag keine Clouds, Fullscreen, auf. Use V-Bose, keine Ahnung. Ah, jetzt bin ich auf Spächer gegangen, tut mir leid. Wo war ich stehen geblieben? Auf jeden Fall, Minecraft wollte sich keine Rückmeldung, Alter, fick dich doch. Nicht dein Ernst, ne? Herzlich willkommen zu Minecraft, oh mein Gott, Alter. Irgendwie will Minecraft, also, das Spiel will nicht, dass sie es jetzt aufnehmen. So, naja, läuft jetzt nicht wirklich flüssig, irgendwie so ruckelig. Aber auf jeden Fall, ich habe mir was überlegt. Bevor ich jetzt hier am weißen, wow, am weißen Brett war, Alter, das ist irgendwie ruckelig, also, das ist, das hat krasse Frames, aber das läuft alles so hakelig. Ich tue, ich habe mir was überlegt, weil die Lust an Minecraft ist jetzt irgendwie verloren gegangen, weil ich habe ewig nicht mehr gespielt, ich weiß nicht mehr, was ich hier alles so gemacht habe. Oder machen wollte, ich weiß, ich hatte mal ein weißes Brett. Oh, Musik, sind wir auch lange nicht mehr in Minecraft. Habe ich doch, glaube ich, immer ausgemacht bis jetzt. So, ich tue ein paar Items weg, ein paar ist gut. Oh, ja, oh. Essen behalte ich aber. Ich tue mal alles weg, was ich nicht brauche. Ne, dort habe ich doch eine eigene Küste. Weil ich mache jetzt was Neues. Habe ich eine Map? Ne, ne, bestimmt nicht. Ups, ne. Map, wie macht man nochmal eine Map aus dem Kompass? Kompass, Papier. Kompass macht man aus Eisen und aus Redstone. Oh Gott, bei mir gewittert. Ne, es gewittert nicht, es ist einfach nur extrem windig. Yo, also. Aus Kompass macht man so. Ja, macht man so einen Kompass. Dann braucht man Papier. Ja, das macht man so. Ich brauche acht Stück. Ja, Gott, neun. Passt auch. Oder ich brauche doch acht, oder? Ah, nee. Ich brauche doch eh mehr. Ja, guck, das ist jetzt voll nah. Scheiße. Ups. Die Musik ist ja auch nicht ganz chillig. Warum habe ich die bisher nicht verwendet? Zack. So. Okay. Äh, ist immer noch zu klein. Okay, ja, das geht schon mehr. Auf jeden Fall wollte ich jetzt äh, die Welt erkunden. Aber jetzt nicht wieder so ein Feld und Sterbe und bla bla. Sondern, ähm, ich will so einen kleinen Neuanfang machen. Das heißt, ich nehme meine Map mit, was zum Essen beißen kann ich auch gleich behalten. Und damit es leichter ist, nehme ich meine ganzen Tools mit und sieht's. Ja, ne, 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 da sieht's mir. Dann mache ich so einen kleinen Neuanfang und kann dann die ganzen Dörf, ne, nicht Dörfer. Ja, doch, ich nenne jetzt mal die beiden Dörfer, die ich dann habe. Ne, die Musik ist ganz chillig. Verbinden und zwar mit einem U-Bahn-System. Und während ich... Wow. Leck, 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 leck. Was geht ab? Nein, ich gehe jetzt nicht in die Statistik mehr. Äh, in die Option. Weil danach fällt's ja eh wieder. Und bricht ab. So. Ich muss es aushalten. Die schöne Musik. Wie so laut ist. Ja. Oh, ich bin ja schon wieder wach. Also gut. Also ich hab Stein, ich hab Haus, ich hab Äxte. Ich hab aber keine Schau. Wieder Schau können. Kann ich mir schnell machen. So. Mein weißes Brett. Tschüss, weißes Brett. Ich gehe auf Reisen. Aber wohin? Ist die Frage. So, ne, ich merke mir erstmal... Bam. Und woher ging's? F2? Ich merke mir einfach meine Koordinaten. Ja. So. So, jetzt sind meine Koordinaten gespeichert. Das heißt, wenn ich irgendwo anders verrecke und zufällig dort mal geschlafen hab, dass ich keinen Spawnpoint mehr hier hab, kann ich wieder zurückfinden. Aber ich bin jetzt wirklich auf der Suche nach einem Sumpf zum Ersten. Zum Zweiten nach einer schönen Gegend für einen kleinen Neuanfang. Weil mein Gott, wir sind jetzt gerade bei Folge 58? Doch, 58 müsste es sein. Nein, ich hab jetzt seit Monaten nicht mehr gespielt und dann denke ich mir, komm, kann ich auch woanders was machen, mich da aufbauen. Vielleicht schaffe ich dann so ein kleines Zugsystem zu machen. Und ja. Und auf dem Weg kann ich ja schon mal Tiere schlachten. So. Da gehen wir jetzt mal nach. Wir sind ja schon fast... Oh shit. Wir haben schon fast die Map ausgefüllt. Oh Gott, das leckt ja wie am... ...am Zipferli. Warum brauche ich eigentlich jetzt schon ab? Ich brauche doch erst später das ganze Zeug. Weil jetzt, bis ich dann irgendwie einen guten Platz gefunden habe, ist mein... Inventar voll und was mache ich dann? Hä? Was mache ich dann? Was mache ich dann? Aber egal. Die Kohle habe ich jetzt schon angefangen abzubauen. Kann ich auch weitermachen. Hab ganze 15 Levels. So, wie lange nehme ich auf? Okay, das kann ich jetzt auch nicht mehr vertrauen, weil es die ganze Zeit abgestürzt ist. Mach ich... Ah, nochmal Kohle. Ich will... Ne, ich gehe weiter. So. Ähm, ja. Ich bin eh schon gleich am Ende. Hätte ich... Ah, fuck. Ich hätte Zuckerrohr abbauen sollen. Ich weiß nicht, ob ich einen neuen finde. Wow. Was ist denn hier für eine Häschenarmee? Heilige... Mh... Mach keine Ahnung. Ich laufe auch nur in die Richtung. Warum hüpfe ich dabei? Deshalb braucht es auch voll viel Essen. Ich habe 10 Hühnchen. Läuft. Und bin schon wieder hungrig. Ja, zweieinhalb. Hm, stabil. Ich zocke, glaube ich, eh auf easy, von daher kann ich nicht am Essen verrecken. Sondern es muss dann was anderem liegen dann. So. Ich bin in den Sommerferien weg. Also die starten ja ab dem 1. August. In Bayern jedenfalls. Wir sind die, die am letzten Ferien haben. Aber dafür auch... Bis zu den letzten, die noch Ferien haben. Also wir sind die letzten, die in die Schule müssen. Und da habe ich... Und da habe ich... Ich habe mir... Ich fahre weg. War ja da... Wow, Kühe. Die sind geil. Ich fahre da ja eh weg. Und habe keine Zeit, Videos dort zu machen. Weil die haben eh noch schlechteres Internet als ich. Die schaffen sich mal ein Bild zu laden in der Zeit. Wo... Ach, keine Ahnung. Da brauchten die wirklich... Damit kann sie nichts anfangen. Und deswegen werde ich dort nichts machen können. Die haben ja auch eh keinen richtigen Computer oder so. Das einzige, was irgendwie auf dem Computer läuft, ist Doom 2. Das erste Doom. Keine Ahnung. Habe es mir nicht genau angeschaut. Ähm... Deswegen werde ich jetzt in der Zeit davor... Wow. In der Zeit davor. Also eine Woche. Ähm... Wengen produzieren. Und so verteilt hochladen, dass ich... Dass vielleicht nicht jeden Tag was kommt. Aber dass immer mal wieder was kommt. Also nicht, dass die sechs Wochen nichts kommt. So. Aber ich müsste ja eh... Also... Ab der Hälfte der Ferien nach drei Wochen müsste ich dann eh wieder hier sein. Und könnte auch wieder mal was produzieren. Kommt darauf an, ob wir... Was anderes machen. Habe ich... Habe ich gesagt, wo ich nicht fahre? Also ich fahre auf jeden Fall nach Russland zu Verwandten. Doch, das habe ich doch gesagt. Ich kann mich noch selber nicht mehr dran erinnern. Okay. Eher noch mal Kühe? Was... Was wollen die Kühe hier? Oh. Das war knapp. Okay, hier ist jetzt eine Weide. Ich finde irgendwie... Einfach kein... Kein Sumpf. Hm. Komisch. Gibt es irgendwie... Irgendwie so einen Trick, wie man Sümpfe... Wow, wow, wow. Sümpfe findet? Hey, hey, komm her. Boah, ich bin schlecht in Minecraft. Alter, Falter. Ich durfte niemals Minigames zocken. Oh, noch mal Kühe. Ne, ich gehe einfach geradeaus weiter. Schafe. Ne, warum ich wollte? Ich muss ja eh dort schlafen. Oh Gott, ich bin wieder voll überbelichtet. Ah, scheiß drauf. Alter, noch mal Kühe. Was geht? Ich gehe jetzt in die Richtung. Okay, dann wurde es wohl doch nichts mit immer nach Norden. Oder was auch immer alles so in der Richtung ist. Aber Leder. Leder ist eine gute Idee. Leder brauche ich ja eh auch für mein richtiges Zuhause. Warte mal. Das hieß doch einmal, also ganz früher, wenn man so einen Sound hört, ist man in der Nähe von einer Dungeon. Stimmt das eigentlich? Weil früher hat es bei mir ein bisschen so geklappt. Da habe ich mich so runtergegraben und irgendwann habe ich eine gefunden. Ich weiß nicht, ob das immer noch so... What the fuck? Was ist denn das? Oh, was sind das für Berge? Interessant. Okay. Ach ja, ich spiele das auf einer neueren Version. Das müsste jetzt zu verstehen. 1.8.7 sein. Ich weiß jetzt nicht, was daran anders ist, aber okay. Aber sie muss so stehen, ne? Wow, das lag wieder. Hm. Die Schweinchen lasse ich am Leben. Ich finde Schweine süß. Denen will ich nichts tun. Nur Kühe. Kühe haben es verdient. Warum? Weil die rumpupsen und Erderwärmung und da... Alles schlecht. So. Okay, ich bin, glaube ich, jetzt erst mal im Schneegebiet. Oh Gott, bis ich einen Sumpf finde. Heilige Scheiße. Hm. Viel Spaß, bis ich dahin dann Zugverbindungen mache. Oh, shit. Ich mache den jetzt mit der Hand kaputt. Habe ich noch... Jawohl, Steinschwert geht sogar noch schneller. Okay. Zwei Schläge und davor waren es auch zwei Schläge. So. Das ist Level 16. Okay, 16. Ein Drittel. Sumpf. Bitte. Pilze. Hm, lol. Aber kein Sumpf. Einen Dschungel habe ich auch noch keinen gefunden, oder? Weil das ist jetzt so ein... Keine Ahnung. Darkwood oder... So ein dunkler Wald halt. Eine Maschuruminsel wäre auch super interessant. Warte mal. Da vorne sind Lianen. Das sind lianischen Anzeigen für einen Sumpf. Warte mal, es schaut gut aus. Es schaut... Ein Dschungel. Dschungel geht auch, stimmt. Dschungel haben ja auch Lianen. Ja, ein Dschungel. Könnte ich mir Baumhäuser machen. Na, mache ich. Ich habe schon wieder... Fuck, ich habe übel Hunger. Okay, langsam geht mein Essen ja auch zugrunde. Oh, fuck. Ich glaube, das wäre das Schlauste hier erstmal, sich so ein Haus... Melonen! Wow. Wow, 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 wow. Okay. Ich lösche erstmal das Feuer. Weil dann fackelt der ganze Wald ab. Ansonsten fackelt der ganze Wald ab so rum. Yeah, ich habe keinen Block. Dann mache ich nicht mehr Erde. Oh, nee. Okay. Ich muss irgendwie die Quelle zukriegen. So, ich will nicht, dass der Wald abfackelt. Ich habe mir das jetzt als neues Haus ausgesucht. Äh, als neues... Als neuer Wohnort, aber... Wenn es abfackelt, habe ich nicht viel davon. Ey, das schaut ja voll schön aus bei dem Texture Pack. Wahnsinn. Hier gibt es ja noch ja, äh, Coco Beans. Oder, ähm, warte mal, wie heißt denn die im Deutschen? Kakao. Coco Beans, ja, das weiß ich, aber Kakao, nee. Kakao ist viel zu... Warte mal. Hier ist so eine... Das ist eh nur ein kleiner Abschnitt, ne? Aber dann haue ich das jetzt hier mal weg. Zack. Das ist eh jetzt eine Holzsorte, die ich noch nicht habe. Ey, das ist gut. Dann kann ich mir gleich die Saplings dazu holen und die Zerhose anpflanzen. Weil da habe ich mehrere Holzsorten. Was gibt es denn überhaupt? Ich glaube, fünf gibt es jetzt? Gibt es inzwischen fünf, oder? Und abgestürzt. Jawoll. Alter, was geht mit meinem Minecraft ab? Obwohl, wir machen so bis zum nächsten Mal bei Minecraft. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Ding gedauert hat. Aber bis zum nächsten Mal. Wenn ihr wollt, könnt ihr abonnieren. Dann verpasst ihr nichts. Also, ciao. I am a class.